Hey, wir fragen uns, wenn ihr vorbeiluft auf eurem Foto. Was sagst du? Du erzählst dann eben wieder ein Abschnitt. Das fragen wir erstmal auf der Foto machen. Wir haben die Schuhe an die Bänder hier rangebunden. Hey, ich hab gestern einen gesehen, der auf Handstand gelaufen hat, die Schuhe an der Hände rangebunden. Nee, auf der Bühne. Äh, nee, großartig. Ich zahle, aber dann hab ich auf die Bühne gemacht. Und wir spielen auf den Festplänen jemanden, welche mit Stelzen hier mit Freude in die Schuhe. Den haben wir mit Stelzen, stimmt. Den haben wir so in der geilen Körper aufgehabt. Was haben die hier gemacht? Den haben wir so in der geilen Körper aufgehabt. Den haben wir so in der geilen Dinger, den auf Stelzen und den Stelzen. Und der Hände, der vor mir dreht, den nicht so in der Schuhe. Der ist so in der Schuhe. Der ist so in der Schuhe. Der ist so in der Schuhe. Wie die Schuhe, Alter? Nein, man, der ist so richtig. Da kam alle von mir aus dem Kleidensuch. Der war nach vorne. Der war nach vorne, ob sich noch weh anfing. Ja, ja, genau. Da hab ich Klaus gefunden. Ich hab gar nicht gesehen, den kommt nicht an die. Ey, kommt nicht an die. Kommt nicht an die. Kommt nicht an die. Okay.